Ein herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde The Escapists. Ihr seht schon, hier hat sich im Menü schon ein bisschen was verändert und es wurde mir auch in den Kommentaren gesagt, denn es gab ein Update und es gibt keine Save Games mehr und wir müssen neu anfangen, aber das kann man hier sogar unterschiedlich abspeichern, was wir dann natürlich auch tun werden. Rabbit ist falsch, wir nennen uns wieder, wir nennen uns einfach mal Ente, Continue, was, Very Easy, Easy, Moderate, Coming Soon, Coming Soon, Coming Soon. Das kennen wir ja, ich will zwar eigentlich kein Easy spielen, aber das Gefängnis ist neu und ich würde das ganz gerne mal ausprobieren, wenn das okay ist. Das machen wir einfach mal. Oh im Schnee, send me another one, have they said. Listen kid, I don't have to remind you that Stalic Flucht is famous for housing inmates with a record of escapism, so if you're planning to getting out of this one, think again. Now get yourself settled in, it's gonna be cold, a long winter. Warden Patrick Garrett. Okay, Pflanze, aber warum sind wir hier mit einem anderen, da ist ja ein bisschen komisch, da ist ja, ist ja, ist das nicht, nicht, ne? Gucken wir mal, reden wir mal an. In der Quest, it seems Sebastian's acts of friendship lately, but just of a cover to get his hands on my lighter. Müssen wir gucken, wo Sebastians, äh, spinnt ist und wenn wir den da finden, denn diesmal fangen wir erst gar nicht mit Schlägereien an. Gucken wir mal, ob wir damit weiterkommen. Officer Jaden, bla bla bla. Ne, Officer, das verprügeln wir nicht gleich von Beginn an. Okay, wir haben sowieso kein Geld, wir gucken einfach mal rein, Interesse halber, was wir hier kaufen könnten. We heard whispers of a break out, someone pilfered the wardens, irgendwas. Breakfast, gibt es hier in der Kantine. Gut to know, I'd say. Da ist irgendwo grad... Ur Sebastian. Da, da ist es. Der Kollege, das ist es. Ich bin auf der Schaufe für ein Jar of Ink. Könnt ihr mir einen? Mensch, was findet? Kriegst du. Eww. Ich muss direkt ein paar Freunde machen, ganz klar. Neues Gefängnis. Ihr kennt es doch keiner. Besser so. Du planst auf das? Ich weiß nicht. Was? Was ist denn bei dem los? Der will uns direkt verkloppen. Gardening work. Das ist bestimmt für sowas wie... Oh. Das ist bestimmt irgendwie so ein Kack wie Hausmeister. Dreck, den man wahrscheinlich sowieso nicht erfüllen kann. Ja, das ist natürlich... Wir haben natürlich wieder sehr viel Glück hier mit unserem ersten Job. Das Ding hier ist nicht verschwunden. Hallo. Oh, wir haben sogar die Jobquote erfüllt. What? Wir haben... Die... Was? Was? Wir haben die Jobquote erfüllt. Was ist da denn los? Sebastian. Where is your... Da. Öh, verdammt. Verdammt. Tap of the Balcon nehmen wir mit. Noch ne Socke brauchen wir net. Wir schauen hier einfach mal, was die Leute hier sonst nur so haben. Typ of Bleed, yeah. Nicht schlecht, nicht schlecht. Toothpaste, nee, braucht man noch nicht. Ein Zellengenosse, den lassen wir mal komplett in Ruhe am Anfang. Duct tape. Sehr schön. Lucas. Yo, my friend. Ich payed Edgar good money for a pack of playing cards that he never delivered. Get it from me and I'll pay you for the trouble. Edgar. Waren wir da nicht gerade? Fauen wir nochmal nach. Haben wir vielleicht übersehen. Tatsächlich. Der will so wieder schlagen, so wie der jetzt hier hinterher rennt. Cameron, hallo? Dude. Dude. Had Ethan good money for a roll of toilet paper and he never delivered. Wo war der Spint von Ethan? Ich hoffe, wir müssen hier nicht durch irgendeine Kontrolle. Nehmen wir es mal nicht. Train press. Jogging. Liegestütze. Das ist ja cool. Neue Berufe, wie ich versprochen, gibt's auch. Cool. Gefällt mir. Ach, wie lustig. Was denn das für ein... Blöder Pedder. Trowel. So, nimm die Hau. Du Hau. Razorblade. Können wir gucken, ob wir weit finden. Nope. Letter Up. Problem ist, hier gibt's halt überhaupt keinen Schacht. Wie machen wir das dann hier? Hm, das wird schwierig, Leute. Wir lesen uns einfach erstmal hier schlau. Too tired to read. Okay. Das heißt, wir haben aber schon ein paar ganz illegale Sachen. Mit dem Digging 3 von 5 ist eigentlich schon mal sehr gut. Ich stehe uns gerade mal nochmal unter die Dusche. Boah, gute Frage. Wo sollen wir das ganze Zeug hinpacken? Das ist eine gute Frage. Man, die meisten Sachen, bis auf die zwei, sind ja legal. Die kann ich erstmal bei mir einlagern. Werde ich auch so tun. Ach, der hat keinen Bock. Oh, das war's falsch. Oh, das war's falsch. Entschuldigung, Entschuldigung. War aus Versehen. Clark. Hey, hey, hey. Hey, pscht. Hallo. Pscht. Pscht. Vercup. Okay, gucken wir. So, was ist das zu verkaufen, Typ? Timber. Timber ist, ähm... Eigentlich schon interessant, nur ich weiß noch nicht genau, wo ich das ganze Zeug einlagern soll. Äh, Henry. Crafting Note. Sheet of Metal. Ähm... Wir kaufen das mal. Meal-Time. Hier gibt's anscheinend so keine Sicherheits-, also Sensor-Kontrollen. Wo ist denn der Typ, der uns die ganze Zeit gekloppt hat? War das William? Wir haben genug Aufpräge. Wir haben genug Aufpräge. Wir haben genug Aufpräge. Ich hoffe, der William schlägt uns jetzt nochmal. Dann müssen wir nämlich das Outfit von ihm klauen, oder wir müssen... Ah, was ein Schwachsinn. Wir können auch uns das einfach ausziehen. Was? Schon wieder Gardening Work? Hier muss man zweimal am Tag arbeiten. Nein, hier gibt's doch einen Sensor. Fuck. Fuck. Shit. Ah. Den hab ich voll übersehen. Ich hab's vergessen vor den Jobs. Ach, scheiße. Scheiße. Naja. Passiert mir einmal. Passiert mir schon nochmal. Denn wir hätten uns ein Plated Inmate Outfit machen können. Verdammt. Aber egal. Wär auch für den ersten Tag jetzt schon extrem viel Progress gewesen. So gut sind wir hier eigentlich gar nicht. Das kann ja nicht sein. Sehr hartnäckiges Scheißstück. Hab eine Pflanze noch. Hier ist Jobquodal erfüllt. So, und wir suchen hier mal ein paar Spinte. Timber. I like. Achso, ich hab grad irgendwie... Das sah fast so silberglänzend aus. Und hab gedacht, das wäre Ducktape. War's aber gar nicht. Okay. So, mach mit deiner Decke was du willst. Ich brauch's ja nix. Ich schau hier einfach nochmal durch, was wir hier so finden. Paperclip. Einen Cup wollte jemand haben, aber haben wir nicht. Und Char of Ink. Haben wir aber auch noch nicht gefunden. Hier unten können wir noch nachschauen. Sieht nicht gut aus. Nee. Nee. Nee, falsch. Sondern hier. Zack, zack. Bad Dummy. Oh, der liegt jetzt immer da, oder was? Shower Block. Okay, hier ist Arbeit, 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 Arbeit. Und dann irgendwann darf man duschen. Sehr freundlich. Achso, ich kann ja keine Aufträge mehr annehmen. Da war ja was. Ähm, aber... Sebastian hat einen Leiter nicht in seinem Spind. Deswegen müssen wir den verkloppen. Charf Ink. Toilet Paper from Ethan. Wir haben grad nochmal alles durchgeguckt. War auch nicht da. Razorblade. Cup. Okay. Jetzt können wir hier wieder annehmen. Find me a watch and I'll make it with you a while. Okay, wenn du was findest, kriegst du... Kein Problem. Weapon Complete. Buy. Sheet of Metal. Aber wir haben leider... Kein Duct Tape mehr. Ähm... Razorblade 20. Und ich krieg dafür neue... Okay, wir kaufen es nicht. Wir hoffen einfach, dass wir es finden. Hm. What up? Nothing. Evening Roll Call. Tagesrhythmus ist immer noch derselbe. Der ist auch schon wieder fast rum der Tag. Und... Ja, damit auch die erste Folge hier nach dem Update im neuen Gefängnis. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Ich hab auf jeden Fall immer jetzt auf dem zweiten Monitor Seite offen mit den ganzen Crafting-Rezepten. Das heißt, wenn wir das Material und sowas finden, geht es schneller voran. Ich bin hochmotiviert und... Ja, wir werden das schon hier schon schaukeln. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst einen Daumen hoch da. Ich freue mich drüber und macht's gut. Tschüss.